Ja, willkommen zurück meine Freunde zu einer neuen Runde Hearthstone. Da ist was passiert. Ich würde sagen, wir zocken einfach mal. Ich habe hier von jedem den ersten Wing geholt. Fangen wir damit mal an. Würde ich sagen. Und auf geht's. Ich glaube für den zweiten bräuchten wir 700 Gold. Mal gucken, ob wir uns die zusammengespielt kriegen. Ja, ich komm. Boots. Was können wir denn da kriegen? Wir spielen natürlich mit dem Hunter. Ja, ein bisschen was hat sich an den Decks auch geändert. Aber nicht wirklich viel. Also von daher ist das jetzt nicht so wild. Halt die Schnauze. Zieh eine Karte, gib einem Gegner eine Wunschkarte. Okay, nice. cool. So, was kann... Entdeckt ein Diener? Hö! Hö! Die kenne ich gar nicht. Die kenne ich gar nicht. Krass. Es ist wirklich denn, dass er uns Wünsche erfüllt, während er versucht, uns zu töten. Und das macht er nicht so, dass er nicht so, dass er nicht an 150 Euro ist. Da kommt so weit, weil er schon an 15,000 Euro ist. Geh. Es geht nicht so weit, aber er geht nicht weiter. Ja, es geht nicht weiter. Nein. Die Karte. Aber es geht nicht weiter. Ich kann es nicht mehr. Du kannst hier nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Nee. Neee, nehm mal den da und rufen einmal den. Das ist echt geil. Gewicht, wow. Kann ich jemals davon erzählen, wie ich als Oga verkleidet den Österbruch infiltriert habe? Mhm. Ja, ja. Äh, äh, äh. Wow, ich kann kaum passen, dass das geklappt hat. Ernsthaft? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hm, nehm ich den. Wenn zu kein Zauber wirkt, dann zufällige Karte auf die Hand. Vorüber drei Schaden ziehe eine Karte, wenn die Karte... Weil keine Karten auf der Hand ist, ähm... Unwahrscheinlich. Wir nehmen mal die da. Und drücken fertig. Keine Karten auf der Hand ist echt unwahrscheinlich. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scheiße. Jetzt kommt schon eine Karte, die gewastet wird. Wir nehmen mal den hier. Ich füge einen zufälligen... ...fünf... ...fünf... ...gegne seinen Helmweg. Ja, dort nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Das... ...feind fünf Schaden. Ja, er hat nur den. Also von daher... Da ist wieder Karte 10 Da ist Karte 10 Und die, die wir jetzt ziehen Ist halt Wieder Rip So Spielen wir den Wunderbar So, jetzt habe ich nur 7 Das ist Karte 8 Jetzt gleich kommt da 9 Okay, alles gut Oh, nice Ach komm Oh, den da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Alles gut Alles gut Hab ich schon reingetradet Der ist echt geil Den da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Das Problem ist Wir kriegen ja dann gleich Wenn er seine Macht Die 10. Und die, die wir dann ziehen Ist dann halt auch wieder Rip Der ist nicht so wild Und den muss ich liegen lassen Ich will hoffen, dass er jetzt Dann nicht reintradet Weil dann greife ich mit dem da an Und zack Verdoppelt er sich Na gut, dann halt so Bistige Okay Der muss auch weg Das ist ja schon 12 Angriff Nice Jetzt haben wir 8 Dann kommt gleich Karte 9 Alles gut Brass Sehr cool Bats Wild 26 ist es natürlich Pff Okay Wenn du das sagst Was kann man denn hier kriegen Na ja Und da Oh Genau Genau Das ist Das ist Was ist denn hier los Was kann das denn hier Okay Cool Also muss ich als erstes Den weg Raffen Oh Gott Das war so dumm Ich hätte direkt den Raptor Spielen sollen Das Habe ich nicht Nachgedacht Damit kriege ich 2 Die bringen mich nicht weiter Und Erteinige Den Tempest Jetzt muss ich vom Prinzip her den Stab da beschützen, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Dann würde ich sagen, spielen wir einmal den Spott und einmal den. So, wir haben sechs, also Spott. So, jetzt kann er ja gerne versuchen anzugreifen. Ich greife den jetzt bestimmt nicht an, weil er hat halt Spott und Gottesschild. Du Wichser. Ja, ich kriege den gleich schon zurück, keine Sorge. Oh. Ja, sei ruhig. Das Problem ist, er kann jetzt halt direkt... Okay. Ja, für diesen Zug. Ist doch total dumm. Ist doch ekelig wieder weg. Oh, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich mein Spott-Deck genommen. Also wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann nehme ich auf jeden Fall ein anderes Deck. Jetzt kann er sich das Ding zwar direkt wieder zurückholen. Oha. Oha. Ach ja, bringt ja wieder nix. Egal. Zumindest Mana aufbrauchen. Oha. Oha. Zwei, zwei. Dann traden wir damit da rein. Dann kriegt er den. Ja, und halt auf den. Anders geht es jetzt gerade nicht. Reb. Reb. Kein Problem. Ich würde sagen, beenden wir diese Folge und in der nächsten... ...seht ihr das Deck, womit ich meinen Freund Kingit geärgert habe. Haut da rein. Da verstehe.